Es ist halt schwierig, dann zu sagen, okay, das ist jetzt hier dieser Draht gewesen. Also dann kann ich damit was anfangen. Ansonsten ist es halt Gefühl und Glauben. Ich sehe halt bei diesen ganzen Leuten, die solche Techniken anwenden, nicht, dass sie da irgendwie eine Vergleichbarkeit herstellen. Also es wird einfach immer gesagt, die Spule macht's oder der Bodendraht Nord-Süd-Ausrichtung mit dem Magneten macht's. Und das ist mir tatsächlich einfach nicht, das kann man nicht so machen. Das ist einfach nicht aussagekräftig. Die Elektrokultur. Revolutionär oder doch nur ein Hype? Immer mehr Menschen beschäftigen sich damit, nutzen das auch zum Beispiel in ihren Garten für Pflanzenwachstum und berichten auch sehr positiv davon, meinen dann auch, dass es revolutionär für unsere jetzige konventionelle Landwirtschaft sein könnte. Mein heutiger Gast, der Daniel von den Waldgeistern und auch ich, haben uns dann in einem Gespräch mal ein bisschen das aufgeschlüsselt, was wir dann von der Elektrokultur und auch von der Energiekultur halten. Ob das jetzt wirklich revolutionär ist und uns auch weiter voranbringen kann oder ob dann viele Sachen einfach nur vielleicht ein bisschen verschwommen dargestellt werden und das auch sehr viel mit dem Hype mitspielt. Wir gucken, was bei den Erfahrungen von den Menschen dran ist und geben auch hier unsere Expertise dazu, welche anderen Ursachen es vielleicht auch haben könnte, warum jetzt zum Beispiel die Pflanzen besser wachsen oder warum sie jetzt vielleicht in den Zustand gekommen sind, dass sie nicht mehr ganz vital sind. Ist ein spannendes Gespräch. Viel Spaß mit dem Interview. Ich möchte auch noch ganz kurz vorneweg erwähnen, dass ich bei dem Gespräch mit dem Daniel vergessen habe, hier mein Mikrofon anzustecken, sondern das ging dann über das Mikrofon von meiner Kamera. Ich habe es versucht, im Videoschnittprogramm, meine Tonspur so gut wie es geht zu verbessern, dass die Qualität auch besser ist. Man wird dann im kleinen Heiler auch hören. Ich hoffe, das macht euch trotzdem nichts aus. Es geht ja mehr um den Inhalt. Für das Thema habe ich meinen verschollenen Cousin fünften Grades hergeholt, auch ein Permakulturspezialist, und zwar den Daniel von den Waldgeistern. Hallo Daniel. Cousin sagst du, weil ich ja auch Frank heiße, ne? Dabei sind wir gar nicht. Wobei ich das sehr spannend fand, als ich dich das erste Mal gesehen habe, und dann hatte ich dich irgendwie in Kontakten abgespeichert, da hätte ich mich fast vertan, weil mein einer Onkel heißt auch Christian Frank. Ich möchte mit dir heute um das Thema Elektrokultur auch sprechen, weil es ja in sehr vielen Social-Media-Kanälen, beispielsweise YouTube oder auch Telegram, meiner Meinung nach auch sehr gehypt ist, sehr viele Leute auch darauf anspringen, und ich mir einfach mal so dachte, okay, ich habe mich da auch ein bisschen reingelesen, du auch ein bisschen reingefuchst, und wollte es mal ein bisschen so mal aufdrüsen, was es jetzt damit auch zu tun hat. Für die Leute, die es halt nicht wissen, also die Elektrokultur, da werden mit elektromagnetischen Feldern gearbeitet, mit Frequenzen, auch mit der Energie der Atmosphäre zum Beispiel, oder auch mit dem Erdmagnetfeld, um halt die Pflanzen zu energisieren, vitalisieren, damit sie halt größer wachsen, mehr Früchte bilden, einfach vitaler sind, auch zum Beispiel Pilzkrankheiten, wie zum Beispiel die Kreuselkrankheit, eingedämmt werden sollen. Da werden jetzt viele verschiedene Werkzeuge, unter anderem genutzt, beispielsweise Antennen, Orgoniten, Pyramiden werden sehr gerne gebaut, Kupferkabel werden auch von Ost nach West angelegt, oder auch die Lakowski-Spule, ist dann so ein Band ähnlich, denke ich mir, was halt unten im Baum gewickelt ist. Und dann geht es dann auch weiter in Richtung Energiekultur, wird das so genannt, dann werden dann so Zeremonien gemacht, wie die Agniorta, wo auch die Atmosphäre mit gereinigt werden soll, oder so Steinkreise zum Beispiel. Und es gibt in Social Media zum Beispiel der Baum-Mentor im deutschsprachigen Raum, der da sehr viele Videos macht, den wir dann auch kurz ansprechen werden, und auch im englischsprachigen Raum sehr viele Kanäle. Es gab auch ein altes Video, ich glaube von Siva Geigi, wo sie dann ein bisschen den Urzeitcode thematisieren, das heißt, da haben sie auch in elektromagnetischen Feldern, soweit ich weiß, Pflanzensamen wieder in ursprüngliche Sorten zurückbekommen, aber das auch mit Tieren geschaffen. Das ist ein sehr interessantes Video, werde ich auch unten verlinken, genauso wie natürlich auch dein Kanal unten verlinkt wird, ein super Projekt. Und es wird auch sehr gerne bei Bienen genutzt, da gibt es auch viele verschiedene Methoden, unter anderem zum Beispiel den sieben Sternen, das ist eine spezielle Formation, die auch dafür sorgen soll, dass die Bienen harmonisiert werden und kräftiger werden. So ein kleiner Umschwung, was jetzt ungefähr die Elektrokultur ist. Ja, also es ist ja ein sehr breites Feld tatsächlich. Also witzigerweise kann ich zu vielen Dingen davon was sagen, weil ich mich da die letzten Jahre immer mal wieder mit beschäftigt habe. Jetzt nicht unbedingt überall in der Tiefe, aber ich glaube schon ein bisschen breiter als so die meisten, weil mich ja immer neue Methoden interessieren und ich die mir immer sehr genau, also das ist meine Zeit begrenzt, das dann eher angucke. Und deswegen freue ich mich, dass du mich heute tatsächlich dazu eingeladen hast, auch wenn ich dann endlich mal heute Zeit hatte. Du hast es ja schon länger probiert. Genau. Und ja, heute mal auf deinem Kanal hier bei Project Peace. Ich habe mich auch deshalb für dich entschieden, weil du ja auch jetzt eine Ausbildung zum Baumwart gemacht hast, wie man auch die Bäume richtig schneidet, was auch sehr spannend ist. Ich bin auch dabei, genau. Ja, und auch das mit der Bodenfruchtbarkeit und alles, wie wir auch da mit dabei sind, mit Herabräter und allem. Und ja, sehr viele Leute auch zu mir kommen und dann auch mit der Elektrokultur zum Beispiel werben und dann halt immer so sagen, wie wunderbar das so ist. Plötzlich fängt der Baum an zu vitalisieren, alles wächst auf einmal so super und dann das halt so auf die Goldwaage wiegen, aber dann auch gleichzeitig zehn andere Sachen noch mit dazu machen, die eigentlich auch mit ausschlaggebend sind, die halt das Baumwachstum mit beeinflussen. Dann gibt es auch wieder andere Leute, so Extremfälle, die dann sich überhaupt nicht mit dem Garten auskennen, also komplette Anfänger, nicht mal wissen, wie man Tomaten aussieht, aber dann gleich mit Elektrokultur anfangen wollen und dann gleich Kabel verlegen möchten. Was ja okay ist. Also die haben halt irgendwie ein Interesse dafür gefunden und haben halt irgendwie ein Seminar mitgemacht, wo jemand was davon erzählt hat und haben halt da gerade ihren Horizont. Und ich denke mal, heute geht es ja darum, dass wir so ein bisschen mal aufklären, was es eigentlich alles für Methoden gibt für gesunde Bäume, gesunde Pflanzen und dass dieses, also ich würde es gerne entmystifizieren, also dass wir das wieder so mal auf die sachliche Ebene runterholen, weil ich habe das Gefühl, dass da in der Szene, weil ich habe ja auch mal wieder so Kommentare, dem so viel beigemessen wird und das habe ich ja im Vorgespräch, also wir haben uns ja schon ein bisschen hin und her telefoniert. Ich möchte halt sagen, also ich will jetzt nicht damit sagen, dass an diesen ganzen Techniken nichts dran ist. Da bin ich weit weg von. Ich möchte nur sagen, es ist mir teilweise einfach ein bisschen übertrieben dargestellt. Also man muss dann wirklich da ganz wissenschaftlich rangehen, aus meiner Sicht. Ja, und das hat nichts irgendwie, also in der Wissenschaft wird ja oft das Lebendige da irgendwie mit rausgenommen und die nämlich gern wissen. Also ich bin durchaus auch ein ganz großer Freund des Lebendigen und das Leben ist halt nicht reproduzierbar. Aber so ein Versuchsaufbau, gerade wenn es dann bei Lankowski, Spule und Co. halt um elektromagnetische Phänomene geht, muss das ja reproduzierbar sein. Und da würde ich dann heute einhaken wollen, da hast du ja auch einiges mitgebracht an Bildern und ich auch ein paar Sachen, ein paar Links, wo wir einfach zeigen wollen, dass es halt viele, viele Sachen gibt, die man vorher machen kann, bevor man dann zu so einer Spule greift. Also für mich ist das eher so, da landen wir dann auch am Ende, denke ich, eher so ein Mittel, das man nehmen kann, wenn man gar nicht mehr weiter weiß. Ja, das ist ja... Alles nicht geholfen hat. Es sind ja zwei Punkte. Also einerseits, ja, wissenschaftlich wird ja bei manchen vielleicht ein bisschen, kommt es mit einem falschen Hals. Weil halt dann immer Leute dann sagen, ja, die Wissenschaft sagt so und so, aber die Leute, die das halt auch sagen, die verstehen ja Wissenschaft an sich nicht. Das heißt, man hat halt spezielle Vorgaben, die man einhalten möchte und man entdeckt auch Neues. Das heißt jetzt nicht, weil in der Wissenschaft wird ja auch immer wieder neue Sachen rausgeworfen, weil man andere Erkenntnisse hat. Und viele Leute in allen Bereichen und auch wenn man jetzt das in unterschiedlichen Lagern aufteilen möchte, die verharren sich dann immer zu, ja, der aktuelle Stand ist so und deswegen kann das andere nicht stimmen. Muss nicht unbedingt sein. Man hat immer wieder neue Erkenntnisse und da sehe ich ja, dass die Leute dann zum Beispiel bei der Elektrokultur halt neben der Elektrokultur auch noch andere Sachen halt mit dazu machen und dann der Elektrokultur so viele positive Sachen zusprechen, obwohl vielleicht die drei anderen Sachen, die sie mitgemacht haben, vielleicht noch mehr Einfluss haben. Und ich möchte auch nicht sagen, dass das nicht funktioniert, aber für mich kommt das meistens so rüber, dass das halt eine Symptombehandlung ist. Also das heißt, ich habe vornherein viele Fehler gemacht und versuche jetzt damit, das Symptom zu beheben, was ja auch gut sein kann an einem gewissen Punkt, wo man sagt, okay, bevor alle Strecke reißen, dann mache ich das, ist alles gut, aber es geht halt darum, wie kann man das vermeiden, dass man halt jetzt nicht in den Standpunkt kommt, dass man einen halbtoten Baum hat und irgendwie mit einer Spule dann nochmal vitalisieren muss und dann einfach sagt, okay, wie ziehe ich jetzt einen Baum so groß, dass der auch wirklich mehrere hundert Jahre haltet. Genau, das ist ja das Ziel. Das Ziel ist ja, ob nun Baum oder Gemüsepflanze, eine gesunde, vitale Pflanze, die einen sehr guten Ertrag mit vielen Inhaltsstoffen generiert. Das ist ja das Ziel. Genau. Und dass das nicht nur mit einer Spule gehen kann, darüber sollten wir mal reden, denke ich. Und ich möchte dazu auch noch sagen, also ihr müsst euch halt vor Augen führen, bevor wir dann ins Detail gehen bei vielen Sachen, dass so ein Prozess, also das ist ja ein Lebewesen und dieser Prozess dieses Lebewesens, dass es dahin kommt, dass es halt lange, also sehr gesund ist, groß wird, alt wird und dabei für uns als Lebewesen Baum oder Gemüsepflanze viel Ertrag produziert, das hat halt extrem viele Co-Faktoren. In der Wissenschaft spricht man ja mal von Co-Faktoren. Das heißt, die Gesamtheit aller Faktoren, die halt dieses Ziel, guter Ertrag mit viel Inhalt beeinflussen und möglichst langes Leben. Und das ist halt eben der Punkt, wo wir beide sagen, glaube ich schlussendlich, dass so eine Technik am Ende auch nur ein Faktor sein kann und wie groß der ist, das ist halt die große Frage und da wollen wir euch heute ein bisschen an ein paar Beispielen, denke ich, zeigen, was wir damit meinen. Genau. Und dann könnt ihr euch selber ein Bild machen, was ihr davon haltet. Wie gesagt, also zum Fazit können wir das nochmal mal anschneiden, würde ich sagen, zum Schluss, was man davor eigentlich alles machen muss bei dem Bodenaufbau und Baumschnitt und allem. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in die Methoden und Werkzeuge rein. Ich glaube, fangen wir mit der Lakowski-Spule an, die du ja schon so vorbereitet hast, dass man da vielleicht mal an dem Beispiel mal zeigt, was denn da überhaupt gemacht wird und welche Auswirkungen das Ganze hat. Ja, genau. Also es gibt halt super viele Techniken, die da in der Elektrokultur alle so behandelt werden und aufgegriffen werden. Zum Beispiel, das ist jetzt hier die Seite vom Baum-Mentor. Aus zitatrechtlichen Gründen werde ich die jetzt mal zeigen hier. Das ist seine Homepage. Da haben wir hier diese verschiedenen Themen. Pyramiden, was du schon gesagt hast, im Garten, Lankowski-Spulen. Die Homepage ist ein bisschen nichts sagen, finde ich. Also es ist nicht allzu umfangreich. Also einmal nur ganz kurz hier von, es ist die Rede hier von Georg Lankowski, der zur Zeit auch Viktor Teslas, ja, also Tesla kennt ihr wahrscheinlich alle über die ganze Elektrotechnik, die ja mehr oder weniger auf ihn zurückzuführen ist. Und genau, das schreibt er hier so ein bisschen über den Georg Lankowski oder Larkowski, nicht Lankowski, Larkowski und dann, was diese Larkowski-Spule ist, also auch wie sie hier Georg Larkowski gemacht hat. Also eine, ja, eigentlich im Endeffekt eine nach oben offene Spule, ja, im Endeffekt einfach nur ein Kupferdraht, eine Kupferspule, die mit einem 30-Grad-Winkel nach, ja, also in dem Fall hier nach Süden geht sie runter und nach Norden geht sie um 30 Grad steigend hoch. Ja, also man sieht hier auf diesem Bild hier diese kleine Erklärung und das kann man ganz einfach realisieren, indem man einfach ein Draht hier mit zwei Löchern durch ein Holzstück tut und am Baum halt, also um den Baum oder ein Stecken macht und dann hier auch um eine Toppflanze, das ist ja aus dem Buch von Georg Larkowski, oder Larkowski, genau, und das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis und soweit ich das verstanden habe, ich habe mir da auch noch ein paar andere Sachen zu angeguckt, geht es da drum, dass dort elektromagnetische Prozesse passieren, also da werden dann Elektronen angeblich irgendwie ausgetauscht, also so die Theorie, dass der Baum zusätzlich vitalisiert wird und einfach da mehr Stoffwechselprozesse passieren und dadurch halt eine höhere Vitalität und Gesundheit des Baumes oder der Pflanze erreicht wird und vielleicht noch ganz kurz Ja, soweit ich beim Baummentor auch gelesen habe, dass da auch die Kreuzerkrankheit bekämpft werden soll, weil da die Kommunikation des Pilzes gestört werden soll und der deswegen abstirbt, so in der Sinne, dass er sich nicht so stark verbreiten kann. Gibt es da ganz viele Theorien und Geschichten zu und dann habe ich noch eine Seite gefunden hier, die wollte ich euch auch nochmal zeigen, da könnt ihr dann selber ein bisschen nachlesen, die kann euch ja Chris dann nochmal unten einblenden, nämlich die Seite elektrokulturfandorn.com und da ist auch hier Einführung in die Elektrokultur und das fand ich ganz schön, das kann ich jetzt nochmal, das ist hier die Seite, genau und da gibt es halt hier die Geschichte der Elektrokultur und da geht er ein bisschen umfangreicher darauf ein, wo das herkommt, was für Techniken es alles gab, also da wird schon eher dann ein Schuh draus, wo man auch mal ein bisschen was nachlegen, ein paar Quellen hier auch, auch aus der Historie heraus und dann hier sieht man das jetzt hatte ich, ja, genau und dann sieht man halt hier auch die verschiedenen Techniken, Pyramiden auch hier und Lankowski-Spule ist hier auch irgendwo, ja und da kann man halt nochmal ein bisschen genauer nachlesen, was es da alles so gibt und dann hat er noch ein PDF veröffentlicht, wo er seine eigenen Experimente zeigt, das kann ich auch nochmal eben kurz zeigen, da kann man auch nochmal reingehen, das ist hier das PDF, das findet ihr auch auf der Seite, wo er dann hier seine eigenen Experimente zeigt, da gibt es nochmal Historie, Geschichte, also diese Pyramiden, dann kleine Versuchsaufbauten hier mit auch kleinen Keimlingen, Tomaten, alles mögliche, Setzlinge, ne, und dann die verschiedenen Techniken, die es gibt mit diesen Antennen, auch hier, wie man das dann im Beet umsetzen kann, auch saurer Kompost, basischer Kompost, dass es dann einen elektronischen Austausch gibt, ist schon interessant, also auch hier ein Landwirt, der dann hier so einen Tiefengrubber umgebaut hat, um so ein Draht dann in entsprechender Nord-Süd-Ausrichtung zu verlegen, ja, also da könnt ihr euch mal reinlesen, da gab es hier wohl auch einen Versuch, wo dann ein Landwirt das gemacht hat, hier mit Kohl, wohl da auch einen Erfolg hatte, also das ist halt erstmal schön, auch die Bilder, mich würde dann wirklich interessieren, so im Eigenversuch, also, ja, ich glaube ja Dinge mal erst, wenn ich sie selber sehe, will auch hier nichts unterstellen, aber, ja, wie gesagt, es gibt viele Co-Faktoren, so, und das ist halt schwierig immer in der Beurteilung, genau, das ist hier der von Dorn, und ja. Du hast mir noch erzählt, es gibt noch eine Studie von einem Deutschen, der das so gemacht hat, oder? Mit den Bäumen. Ja, das habe ich jetzt im Internet nicht gefunden, das habe ich nur als Papier auf Englisch da, ich habe im Oktober letzten Jahres die Permakultur-Konvergenz besucht in Steierberg, ein ganz, ganz tolles Permakultur-Projekt mit einer supergeilen Solavi und einem Kongresszentrum und da hat der Professor Deacon Kennedy einen Versuch gemacht, da haben sie Versuchsgruppe A und B gemacht mit Obstbäumen, verschiedene, und haben die versehen, also, im Endeffekt haben sie in Nord- und Südausrichtung ein Eisendraht verlegt, ich glaube, es war in dem Fall ganz dünner Armierungseisen, ein Zentimeter oder so, also diese Baustahlstangen in Nord- und Südausrichtung immer und haben die dort verlegt und damit sollte halt dieser Ionaustausch oder dieser elektromagnetische Prozess angeregt werden und haben dann dort daneben quasi die Bäume gepflanzt, so, und in der Versuchsgruppe A mit dieser Technik hatten sie, ja, also sehr, sehr gute, ja, da haben die Bäume gut funktioniert in Anführungszeichen und die andere Versuchsgruppe, da sind die Bäume kaputt gegangen, ich habe mir das halt vor Ort angeguckt und ich fand es halt sehr, sehr schwierig aus vielerlei Faktoren, weil zum Beispiel auch die Bäume nicht vernünftig geschnitten waren, das kann auch sehr, sehr stark beeinflussen, ob ein Baum vital ist oder nicht, ich konnte auch nicht beurteilen, sind die Baumscheiben gehackt worden, also die Pflege, also das war mir in diesem Skript, also man hätte wirklich mal dokumentieren müssen, wie sind die Bäume halt gepflegt worden, geschnitten worden und das hat mir halt alles gefehlt, dann war in der Versuchsgruppe A noch ein riesiger Reheinbruch, also wo die, wo dann einfach ein riesiger Verbissschaden da sind, wo ganz viele Bäume ausgefallen sind und am Ende eigentlich nur noch ein paar wenige das überlebt haben, also das heißt einfach, die, die technische Ausführung dieser Studie oder also dieses Versuchs war halt am Ende nicht so aussagekräftig, fand ich, weil so ein Baum halt in seinem Werdegang sind so viele Faktoren, die da mit reinspielen können, ob er dann am Ende groß und gesund wird oder halt eben auch nicht. Es fängt ja mit dem Sämling an, du tust ja normalerweise einen Wilderling am besten vor Ort aussämen, damit die Wurzel nicht beschädigt werden, weil ja in den Baum schulen, wenn die ja gerodet werden nach einer Zeit, das dann weißt du ja nicht, du kannst den ja in dem Baum nicht mit der kompletten Erde raushäfen, das wäre tonnenschwer, das könnten sie nicht versenden, das heißt, die cutten dann unten die Wurzeln ab und da kann es ja sein, dass sie dann viel von den Hauptwurzeln und Feinwurzeln treffen oder halt weniger. Das ist so. Definitiv, das kann nicht nur sein, das ist so, ein Apfel hat eigentlich eher eine Pfahlwurzel, also ist eigentlich eher ein Tiefwurzler und eine Birne ja sowieso und in der Baumschule, wenn die dann als zwei, drei, vierjährige Pflanze da entnommen werden und versendet werden oder auch dort abgeholt werden, geht das gar nicht anders, als dass man halt einen Großteil dieser Wurzeln wieder kappt, deswegen brauchen die dann ja auch einen Pflanzschnitt und damit fallen die natürlich extrem zurück in ihrer Entwicklung und in ihrer Vitalität, also auch in ihrer Gesundheit in Anführungszeichen und müssen ja dann größtenteils, also die Feinwurzeln gehen da größtenteils bei kaputt und auch diese Pfahlwurzeln, das heißt, die müssen eigentlich, also ich finde es eigentlich eher sehr erstaunlich, dass sie dann so gut und schnell wieder anwachsen und diese Bedingungen, genau, das ist das Erste und da hast du vollkommen richtig gesagt, also da gibt es Versuche in Deutschland von Experten, die halt mit verschiedenen wilden Saaten, also von Wildapfel und Holzapfel zum Beispiel beim Apfel versuchen wieder fitte, gesunde Unterlagen zu ziehen und dann kommt es halt wieder darauf an, habe ich das in der Baumschule, kappe ich wieder die Wurzel, verbringe den oder pflanze ich ihn optimalerweise direkt an Ort und Stelle, also die Unterlage, ja, also das wissen viele ja auch nicht, ich habe quasi zwei Bäume aufeinander, ich habe quasi die Wurzel und der Stamm sind oft einfach der Sämling, also ein Same, den ich nehme von so einem meistens ist es nur Bittenfelder Sämling, also es gibt kaum noch andere Unterlagen bei Hochstemmen, es ist in der Regel immer Bittenfelder Sämling und dann gibt es auch aus dem ehemaligen Ostblock noch eine Unterlage, die wird aber wesentlich seltener verwandt, meines Wissens nach eher Bittenfelder Sämling und ja und dann ist halt das Problem da, dass wir da eine genetische Einfalt haben, das kann auch schon ein Faktor sein und wenn ich das dann wirklich schaffe, so, das ist ja noch in der Erforschung gerade so ein Wild Apfel oder halt so ein Holzapfel und dann fropfe ich direkt an Ort und Stelle, wenn der ein bisschen hochgekommen ist und meine Edelsorte oben drauf und dann habe ich auf einmal einen ganz anderen Faktor als aus der Baumschule, dann habe ich nämlich an Ort und Stelle eine Wurzel, die gewachsen ist, die nie beschädigt wurde, so und all solche Faktoren, dann ist die Frage, habe ich da vorher den Boden aufgehackt, habe ich da Kompost gegeben, habe ich das unten eingegraben oder habe ich den quasi in seinem natürlichen Boden da wachsen lassen oder da kann man, also zum Beispiel, das wäre auch ein großer Fehler, dann gibt es vielleicht Leute, die machen ein Loch und hauen da Kompost rein, setzen dann den Sämling oben drauf oder aus der Baumschule den Baum und wundern sich dann, dass der gar nicht vom Fleck kommt, weil der dann nämlich im Sommer danach kaum gegossen wird und dann erst mal denkt, da sind so viele Nährstoffe wegen dem Kompost und dann wurzelt er nicht tief genug runter, weil er denkt, da ist alles da und dann kommt die Trockenheit und dann trocknet er aus, weil er gedacht habe, ich muss keine Wurzeln bilden und der andere hat vielleicht, der andere direkt daneben, der Baum, wo man dann die Spule dran packt, der hat dann vielleicht keinen Kompost gekriegt und der hatte dann quasi genügend Anreiz in die Tiefe zu wurzeln, weil halt eben kein Kompost da war und der ist dann im Sommer auf einmal vital und dann vergleicht man das oder der Schnitt, also ja, es ist genau, zum Schnitt können wir vielleicht nochmal separat kommen. Da spielt ja auch, also Boden hast du ja angesprochen, wenn wir dann auch Richtung biozyklische Humuserde reingehen und Thera-Preton alles, die ja auch viel Wasser speichern kann, wo Bakterien drin sind, Pilze, mal dann im Boden dann gut vorbereitet, dann wächst ja der Baum auch vital an, weil der ja eine Symbiose und eine Synergie ist. Dann kommt es dann natürlich auch noch dazu, andere Faktoren, also zum Beispiel Rehverbiss oder Wühlmaus, die ja auch dann Schäden verursachen können, die ja dann auch das Wachstum vom Baum einschränken können und mit beeinflussen. Ja, oder Hacke ich die Baumscheibe, Gräser, sondern wuchshemmende Stoffe ab, also das ist so eine Urkonkurrenz, Gräser gegen Bäume quasi, eine grüne Landschaft, also Gräser wollen natürlich keinen Schatten von oben haben und keine Konkurrenz, also die, da scheint sich die Biologie überlegt zu haben, dass die Gräser halt Stoffe ab, sondern die die Bäume so ein bisschen im Wachstum hemmen, wenn sie jung sind, wenn der Altbaum, also den Baum stört das ab, sagen wir mal, ab dem vierten, fünften Lebensjahr, wenn er vital ist und tief genug gewurzelt hat, stört das so ein Obstbaum dann eigentlich nicht mehr. Trotzdem ist es so, wenn ich halt dann die Baumscheibe hacke und da kannst du ja vielleicht mal das erste Foto einblenden, wenn er so ein, ich glaube das war der vom Baum-Mentor, wenn er dann im Zuge so einer Installation mit dieser Lankowski-Spule dann auf einmal so ein bisschen die Baumscheibe hackt, kann das auch schon ein riesiger Faktor sein, der nicht zu unterschätzen ist, dass so ein Baum auf einmal wieder vital wird und austreibt, weil er vielleicht doch noch recht jung ist und dann halt eben die Gräser diese Stoffe nicht mehr so absondern können. So und da haben wir das Bild hier, das ist glaube ich vorher, ne? Genau, das hier ist jetzt vorher und das nachher. Ja genau und da sieht man schon hier, da wurde die Baumscheibe, also das ist zwar noch kein alter Baum, ich würde, wo es kommt wieder, das ist auch noch so ein Faktor, es kommt nämlich auch auf die Unterlage an. Was habe ich da für eine Pflanzunterlage? Ja, da gibt es auch verschiedenste. Hier sieht man, hier wurde ganz klar, hier wurde die Baumscheibe gehackt ein bisschen und der bewuchs so ein bisschen entfernt, nicht viel, aber das kann bei so einem recht, das sieht eher nach einem schwachwüchsigen Baum, schon dazu führen, dass ich halt in dem Jahr danach durchaus ein mehr Triebwachstum habe und eine Vitalisierung habe. So und was ist das jetzt gewesen? War es dann hier sein Draht, den er in der Südausrichtung daneben in den Boden gebracht hat, wo er ja auch noch mal also hier im Feinwurzelbereich gehackt hat, also man sieht ja, der hat ja zwei so Holzklötze mit einem Spanndraht und einem Magneten daneben und da auch noch mal gehackt, das heißt, ich habe im Bereich der Pflanzscheibe ganz konkret hier einfach die Baumscheibe ein bisschen gehackt und das lernen wir in unserer Ausbildung gerade als Baumwart, dass das ein großer Faktor sein kann, um eine Vitalisierung zu machen. Also unser Lehrmeister, der Michael Gräum, der spricht sogar davon, dass der Schnitt, also manchmal das Hacken der Baumscheibe wichtiger sein kann als so ein Vitalisierungsschnitt. Vor allem war ja auch das Hacken der Baumscheibe doch auch oder Hacken allgemein einen Düngeeffekt auf Pflanzen hat. Ja, sicher, genau. Also das kommt dazu, ich dränge das Gras ein bisschen zurück und wenn ich da was hacke, dann stirbt dann natürlich ein bisschen biologisches Material ab und dann werden vielleicht auch wieder Bodenorganismen, Bakterien, also durch die Pflanzenteile, die in Absterben, angeregt und ich habe dann halt eine Art düngende Wirkung, ja, vollkommen logischerweise. Ja, und ist halt schwierig, ja, dann zu sagen, okay, das ist jetzt hier dieser Draht gewesen, ja, und das müsste man halt vergleichen und dafür müsste ich auf einem Standort daneben mit selben Bodenqualität und so weiter halt einen Baum haben, wo ich halt dann im Zweifel genau das Gleiche mache, die Baumscheibe hacke und, aber ohne Draht und dann tue ich halt diesen, also da ist ja quasi an dem Draht hier so ein isolierter Magnet und dann mache ich genau das Gleiche, aber ohne den Magneten und alles und dann müsste ich halt gucken, was passiert mit dem anderen Baum und selbst dann kannst du noch eine Wühlmaus haben bei dem einen und bei dem anderen nicht, so, das muss man dann beobachten, aber dann würde ich sagen, okay, dann kann ich mit dieser Versuchs, also dann kann ich damit was anfangen, ansonsten ist es halt Gefühl und Glauben. Ja, und ich muss mich da zurückhalten, das ist halt, ich muss das ernst nehmen, also tut mir leid, dass ich jetzt gelacht habe, aber das ist halt wirklich, ja, es ist ja wirklich schwierig. Es ist ja berechtigt, weil, wie du ja gesagt hast, man muss ja Bodenproben eigentlich nehmen, schauen, wo die ganzen Nährstoffe und alles ist, damit du ja gleiche Bedingungen hast. Nicht, dass der eine Baum in einem sandigen Boden besser wirkt und der andere, der hat irgendwie eine Steinplatte unten drin und kann deswegen die Wurzeln nicht richtig ausbreiten und du siehst es von oben nicht. Ja, genau, also da gibt es halt super viele Faktoren, gerade bei Bäumen, die das beeinflussen können, ja, wie ist das Bodenmikrobiom, ist da das Laub, Laub zum Beispiel, da sehe ich noch ein bisschen Laub, ist das da weggerecht worden oder bei dem anderen liegt es vielleicht, also, es ist wirklich, schwierig. Ja, und dann auch noch die Sache, wird der beschattet oder nicht, wurde der zu eng gepflanzt mit dem anderen Baum, kann deshalb nicht die Krone richtig ausbilden, ist dann zu nah in einem Haus zum Beispiel. was steht, genau, was ist für Bepflanzungen drumherum, also da hat mein Freund Bernhard Kuber in unserem, ich habe mal einen Gartenrundgang in seinem Waldgarten gemacht, da hat er mir einen Ginko gezeigt, beziehungsweise zwei Ginko-Bäume und der eine war fast doppelt so groß wie der andere und neben dem einen stand halt ein Stickstoffsammler mit der, na, diese Sanddorn, also ein Sanddorn stand neben dem einen und der war fast doppelt so groß, die waren gleich alt und der andere Sanddorn, äh, der andere hatte keinen Sanddorn und der war halt nur halb so groß, der Ginko und das sind halt so Faktoren und ich sehe halt bei diesen ganzen Leuten, die solche Techniken anwenden, nicht, dass sie da irgendwie eine Vergleichbarkeit herstellen, also es wird einfach immer gesagt, die Spule macht's oder der Bodendraht Nord-Südausrichtung mit dem Magneten macht's und das ist mir tatsächlich, ähm, ja, das ist einfach nicht, das kann man nicht, nicht so machen, das ist einfach nicht aussagekräftig, genau und damit will ich nicht sagen, dass das nicht wirkt, aber das ist halt echt schwer dann, also da muss ich schon wirklich, am besten wäre zum Beispiel so ein Versuchsaufbau in der Baumschule oder in einem obstproduzierenden Betrieb, wo ich vielleicht eine Sorte Äpfel hab, 20 Meter Reihe Bosskopf, zweimal und dann hau ich wirklich diesen Draht und dann ist, äh, daneben, verleg den ganz, direkt daneben Nord-Südausrichtung und in der anderen Reihe nicht und dann, wenn ich sehe, die eine Reihe geht ab und die haben Jahrestrieb von, was weiß ich, und die andere nicht, dann kann ich wirklich davon reden, dass ich sage, hey, das hat wirklich einen Effekt, der messbar ist, weil da habe ich 20 Zentimeter, 30 Zentimeter mehr Jahrestrieb oder halt eben bei der anderen Reihe nicht so. Dann würde ich sagen, Bingo. Da könnte man ja die Baum- und Rebschule Schreibern in Dominik mal anschreiben, ob er das machen möchte. Ja, lieber Dominik, also hiermit gerne mal ausprobieren, ja, also vielleicht, also vielleicht hast du da ja Erfahrungen mit, also das wäre für ihn auch interessant, weil 20 Prozent, für die Wissenschaft, ja, für die Wissenschaft, genau, also, ich kann ihn ja mal anschreiben, kannst ihm ja unser Video dann mal schicken. Ja, kann ich mal machen, dann mal schauen, was er davon hält. Ja, weil er hat natürlich die super Bedingungen, um sowas wirklich auszuprobieren, auch aussagekräftig, wenn du jetzt 100 Meter Pfirsichbäume hast, Jungaufzucht, und dann machst du den Draht halt nur 50 Meter und dann siehst du, die sind vitaler, dann kannst du sagen, okay, das scheint ein Faktor zu sein, aber wenn da halt nichts passiert, dann weiß man auch Bescheid, ne? Jetzt noch zum Abschluss, eigentlich der wesentlichen Faktor, wie ich finde, ist ja der Baum-Schnitt an sich, weil da kannst du ja auch einiges vermurksen, kannst du einen Baum ja auf Jahre hin so runterkürzen, dass er halt dann schnell stirbt, wegen, große Schnittwunden, schon in der Aufzucht, mit den Leitästen, kann man ja Fehler machen, dass dann die Statik nicht mehr richtig passiert oder dass man keine Blüten rausbricht und das Ganze drumherum, oder wenn man den Baum überhaupt nicht schneidet, dann verkreist der ja auch, auch wenn es in den Permakulturkreisen mal sehr gerne ist, die Bäume überhaupt nicht zu schneiden. Ja, das geht auf Sepp Holzer zurück, also der Sepp Holzer, das sagen mir leider immer wieder welche und ich habe es ja selber in seinen Büchern und Aussagen so wahrgenommen, dass man halt Obstbäume nicht unbedingt schneiden muss oder nicht, dass die dann, dass sie sich ablegen mit den Ästen und dann auch das Gewicht und also das Ding ist halt wirklich, dass das, ich halte es einfach für komplett, also das ist gar nicht wahr, aus meiner Sicht, aus vielerlei Gründen. die Leute meinen ja, das wäre Natur, aber Veredelung kommt ja so in der Natur auch nicht vor. Das heißt, es sind ja modifizierte Bäume, die musst du dann schon angehen und vor allem, wenn du die Bäume aus der Baumschule rauskommst, mit Wurzel abgehackt, dann führt kein Weg mehr dran vorbei, dann musst du dir nicht schneiden. Genau, also du hast in der Regel in der Natur, selbst wenn du noch einen Wildapfel hast oder einen Holzapfel, die haben ja auch schon durch Selektion gar nicht mehr so kleine Äpfel, die sind dann vielleicht so, so irgendwie eine Freundin hat welche, wo ich jetzt am überlegen bin, da Semlinge auch zu machen. Naja, jedenfalls durch das Fruchtgewicht des Apfels hängt sich das Holz ja ab. Das heißt, diese natürliche Wuchsform, wie ihr das von verschiedenen Gehölzen kennt, also die jetzt keine Früchte tragen, dass sie so diese pyramidale Form haben, also schön hoch wachsen und überall Licht durchflutet sind, wo der Baum sich quasi selber seine physikalisch oder wie man sagen, seine physiologisch im Gleichgewicht ist, dass Licht überall hinkommt, in die Krone und dass er sich nicht dicht wächst und auch nicht abhängt, das ist bei so einem Obstbaum halt überhaupt nicht gegeben und das ist einfach nur mit Schnitt, also so ein Baum, der nicht geschnitten wird, ein Hochstemm, wir reden halt von dem Hochstamm-Apfelbaum oder vom Mittelstamm, die kleineren Bäume, die im Obstanbau verwendet werden, das sind ja oft so Spindeln, ja, also so Spindeln oder halt teilweise auch, wenn das an der Wand gezogen wird oder an Drähten gezogen wird, haben wir Spalierobst, und da wird natürlich auch jedes Jahr geschnitten und da haben wir halt aber auch überhaupt gar kein Alter, die werden vielleicht maximal mal 40 Jahre alt oder so, meines Wissens nach, also gerade diese Spindeln, weil die halt darauf ausgelegt sind, schon nach zwei, drei Jahren einen hohen Ertrag zu liefern, also die sollen schnell viel Ertrag liefern, Tafelobst liefern und die werden niemals so alt, dass da irgendwie eine Baumhöhle entstehen kann oder so. und wenn wir jetzt aber einen vitalen Hochstammbaum haben wollen und aber auch bei der Spindel, dann gilt es halt wieder auf den Schnitt zu achten, dass da genügend Licht reinkommt, dass wir eine Verjüngung haben und genau, und da gibt es halt verschiedene Schnittformen, die man machen kann und beim Hochstamm ist eigentlich so die optimale Form, dass der uralt werden kann und nicht, dass man nicht so viel Arbeit hat, ist eigentlich die Öschberg-Krone und da habe ich jetzt mal ein Bild mitgebracht für euch, das ist tatsächlich aus Wikipedia, ich habe auf die Schnelle keins gefunden, ich wusste jetzt nicht, ob ich die Sachen von Michael von der Obstbaum-Schnittschule da verwenden darf, deswegen habe ich jetzt mal hier so ein Wikipedia-Bild hier für euch, ich hoffe, das darf man zitierrechtlich immer verwenden, da muss man auch noch, also ich hoffe, ihr seht meine Maus jetzt, das ist der Öschberg-Schnitt, wobei das die Darstellung aus meiner Sicht nicht ganz richtig ist, weil beim Öschberg-Schnitt haben wir immer eine Mitte, das sind hier diese rot dargestellten, das ist die Mitte und die Seitenäste sind viel zu dick dargestellt, die dürften eigentlich nur 80, 90 Prozent der Mitte haben, das heißt, die Mitte ist hier eigentlich viel zu klein und die sogenannten Seitenäste sind hier viel zu, die blauen sind zu steil dargestellt, die sollten viel flacher einen Winkel haben, die sollten nur leicht steigend sein und normalerweise hat hier so ein Öschberg-Baum dann drei bis fünf Seitenäste im Alter dann auch mal, also maximal, wenn er sehr groß ist, mal fünf, meistens sind es nur so drei, weil zwischen den Ästen, damit da genug Platz für Fruchtholz ist, sollten ungefähr so, bis zu einem Meter Platz sein, je nach Alter dann und deswegen ist der, das ist also hier ein bisschen schwierig dargestellt, naja, jedenfalls, sagen wir mal, so eine Öschberg-Krone, ihr seht schon, da muss von oben das Licht gut rein können, ja, und wenn ihr jetzt euch vorstellt, dieser blaue Ast wäre ein bisschen flacher und da wären hier seitlich ungefähr drei bis fünf dran, dass dazwischen immer Licht rein kann und dann ist das ganze Fruchtholz im Endeffekt an diesen blauen Ästen seitlich angeordnet und hier an der Mitte, da sind hier die sogenannten Trittäste, die sind hier auch ein bisschen zu steil gezeichnet, die sollten eigentlich waagerecht rauskommen, damit ich, wenn ich einen Baumanleiter später dort gut ernten kann und im Zweifel sogar in der Krone hochklettern kann auf diesen Trittästen zum Ernten, den ich dann angeleitert habe, dafür wurde diese Kronenform mal gezüchtet, weil deswegen ist diese Darstellung auf Wikipedia eigentlich eher problematisch, übrigens der Herr Öschberg, meines Wissens nach, hat das auch nicht selber erfunden, sondern der war an der Schweiz bei dem Herrn Spreng in seinem Institut und da war er jetzt nicht ganz so geschichtsfest und dann hat er sich das da abgeguckt und dann in Deutschland verbreitet, gut, hat er auch einen guten Dienst mitgetan, aber sich wahrscheinlich oder meines, also was ich so weiß mit ein bisschen mit fremden Federn geschmückt, sei es drum, sie sind eh alle schon verstorben. Ja, und das seht ihr, der Schnitt ist halt super, super wichtig bei so einem Baum, damit der lange vital bleibt, weil man sieht hier halt an den Ästen, also durch diesen Spannungsbogen, diese Weinglasform, kann der sehr hohe Lasten an Frucht tragen, ohne dass er unten ausreißt und dass er abknickt und dann kann er auch alt werden, ja. So, und das, ja, auch dann wie man schneidet, ja, dass man halt eben richtig schneidet, da hängt auch ganz viel Vitalität von ab, dass ich ihm nicht zu viel Blattmasse nehme, dass ich ihn nicht zu stark zurückschneide, dann wann ich ihn schneide, dass ich natürlich, wenn ich einen Altbaum habe, der eh schon kaum vital ist, dass ich ihn nicht im Sommer schneide, da wo die ganzen Säfte im Baum sind, im Holz sind, sondern dass ich ihn dann im Winter schneide, wo die Kraft in der Wurzel ist, dass er im Frühjahr gut und stark neu austreiben kann und sich die Kraft als Neutrieb gut verteilen kann, das ist auch super wichtig, ja, also da seht ihr schon, es gibt einfach da sehr, sehr viel zu beachten, ich meine, mein Ausbildungsskript von der Obstbaum-Schnittschule, das ist ein Ordner, der ist mittlerweile, ich glaube, 600 Seiten stark, beidseitig bedruckte Seiten mit ganz vielen Bildern und sehr, sehr viel Text und da seht ihr schon, es ist so ein Baum vital und gesund zu halten, das ist schon eine kleine Wissenschaft für sich und ja, genau und dann sind die auch, wenn man das richtig macht, auch gesund, ja und wie gesagt, allein schon diese Thematik, dass ich halt in das Pflanzloch kein Kompost rein tue, sondern wenn, dann pflanze ich den in den schlechten Boden und gebe dann oben als Mulch, Kompost und Mulch und Steine und ja, Sachen drauf und kann ihn damit vital oder gesund halten und dann, wenn ich aber dann vielleicht eine Pflanzscheibe mache und ich habe ein Wühlmausproblem, ist es teilweise sogar ratsam, alles wieder wegzunehmen, den Boden komplett blank zu hacken, dass die Wühlmaus auch da mal gestört wird, um den Baum zu vitalisieren und dann muss ich halt auch mal das Jahr mal ein bisschen mehr gießen. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Faktoren, wo ich sagen kann, das macht dann die Vitalität aus und vielleicht jetzt so als Abschluss zu dem Thema, wenn ich jetzt den Optimalfall habe, ich habe jetzt einen Seemling gepflanzt, ob er von der Baumschule ist, optimalerweise sagen wir mal, ich habe den selber gesetzt und veredelt und habe den schön mit verschiedenen Sachen Baumscheibe gepflanzt, übrigens, da empfehle ich sehr auch wegen den Unterpflanzungen und Stickstofffixierer das Buch, das ihr bei uns kriegt von Bernhard Gruber unser essbarer Waldgarten, da könnt ihr das alles nachlesen, auch was man da alles drunter pflanzen kann unter so einem Obstbaum, um den zu vitalisieren und selbst dann, wenn ich das alles bepflanzt habe und ich habe ein massives Mühlmausproblem, kann es auch mal ratsam sein, dann alles wieder wegzuhacken. Und wenn ich dann am Ende mit all diesen Methoden und dann Mulch aufbringe und vielleicht noch Steine und vielleicht mal sogar, das habe ich bei einem Altbaum gemacht, der war innen drin schon hohl, da war sogar das Kernholz schon weggefault und der war quasi nur noch, also der Baum ist auch, die Vitalität eines Baumes kann ich nicht daran beurteilen, ob das Kernholz weggefault ist oder nicht, weil das Kernholz ist eh tot. Das Vitale ist eigentlich, der Baum selber ist ja immer dieses Kambium, also dieser Ring um das Kernholz drumrum, das ist ja eigentlich der Baum. und das andere ist ein Knochengerüst, das aber an sich tot ist. So, und dann habe ich bei diesem Baum Beinwurzelbereich so zwei Spaten tief Bokashi vergraben und habe den auch ein bisschen geschnitten, also das hängende Holz ein bisschen weg und dann ist der abgegangen wie verrückt. Also Wahnsinn, hat einen Jahrestrieb von fast einem Meter gehabt und ist jetzt wieder richtig vital, trägt auch wieder und so. Jetzt ist die Frage, war es der Schnitt, war es der Bokashi? Das kann ich jetzt nicht sagen, ich habe halt beides gemacht, ich denke, es war beides zusammen. So, und deswegen, wenn all das nicht wirkt, dann kann man sich aus meiner Sicht mal überlegen, so eine Spule zu machen. Und wenn das dann funktioniert und der auf einmal dann vital wird, dann sage ich, Bingo, das ist es jetzt gewesen. Aber es gibt, ne, also, nochmal, man kann die Baumscheibe hacken im Feinwurzelbereich, so ein, zwei Zentimeter, ganz flach, ne, um die Gräser so ein bisschen zu schwächen. Ne, man kann ihn mit Kompostgabe düngen oder den Boden vitalisieren. Man kann vielleicht im Feinwurzelbereich so an ein, zwei Stellen, ja, so beschädigt man die Wurzel auch zu stark mal, Bokashi eingraben, um in der Tiefe das Bodenleben wieder anzuregen, ja. Manche sagen, man kann ein totes Tier drunter begraben, regt das Bodenleben auch an. Ne, so, du, du kannst vielleicht auch mal mit fernimentierten, äh, äh, Toilettenkompost düngen, also flüssig. Du kannst mulchen und, und, und so. Und wenn all das nicht hilft, kannst du eine, äh, Langkowski-Spule dran machen. Die, die Tradition mit dem, mit dem toten Tier eingraben, gab es das nicht auch damals, dass man früher, wenn Menschen gestorben sind, einfach, äh, eingegraben hat und darauf dann einen Baum gepflanzt hat. Ja, Friedhöfe waren teilweise früher, das waren oft Obstbäume. Das finde ich sehr schade. Unsere Friedhöfe, die finde ich, tatsächlich früher, ähm, scheint das so gewesen zu sein, was ich so gefunden habe. Also gerade so die, die älteren, also, ja, vor 100 Jahren und so, gab es viele Friedhöfe, wo halt an Obstbäumen, oder wo ein Obstbaum gepflanzt wurde, an dem Grab und so. Und das finde ich eigentlich sehr schade, dass wir heutzutage so, in Anführungszeichen, tote Friedhöfe haben, die dann außer ein paar Blumen auf dem Grab nichts mehr haben und drumherum ist alles geschottert und so. Und das ist eigentlich eher traurig so. Und das stelle ich mir eigentlich schön vor, wenn man auf den Friedhofen überall Obstbäume hätte. Das wäre doch wunderbar. Das wäre wunderbar. Ja, also, wenn man jetzt so zum Abschluss sagen kann, also, es gibt sehr viele Faktoren, also, allein mit dem Bodenaufbau, der sich ja auch über Jahre hinziehen kann, also, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre, wo man Terra Preta, Bukashi und alles Mögliche mit einarbeitet. Und dann halt, jetzt speziell bei Bäumen unter anderem, da kann man ja auch, da kann man ja auch, da kann man ja auch die Ausbildung, die ganzen verschiedenen Faktoren, die es ja mit gibt, also mit dem Seemling, mit Veredelung, mit Wühlmaus, Baumscheibe, der Schnitt, den du ja die ganze Zeit machen musst, dann kann ja auch immer mal wieder Unwetter passieren oder sowas, sind alles Faktoren, die halt dann, ja, auch das, ne, Wasser, also, das kann auch zum Beispiel sein, ich hatte fünf, fünf, drei, vier Jahre relative Trockenheit und dann kommt der, also, ich will ihm jetzt nichts unterstellen, darum geht es jetzt nicht, nur als Beispiel, dann kommt der Baum-Mentor mit seiner Lankowski-Spule und in dem Winter und in dem Jahr regnet es dann viel und dann wächst der Baum und ist ganz vital. Ja, woran lag es jetzt? Lag es jetzt an dem Regen, der endlich mal gekommen ist oder lag es an der Spule? Also, das ist halt wirklich, das ist halt echt, ja, und, ach so, was ich eigentlich noch zeigen wollte, das hatten wir ganz vergessen, nochmal als Beispiel und, ähm, genau, da fand ich halt dieses Video hier vom Baum-Mentor über die Lankowski-Spule, er zeigt ja hier so einen spindelförmigen Baum, also einen relativ jungen Baum, kann ich jetzt relativ wenig zu, er hat sie nicht in der Gänze gezeigt, also ich sehe nur, der ist auch sehr nah am Haus hier gepflanzt, ähm, super schwierig, dem eine vernünftige Krone zu erziehen, also man sieht, der ist hier als Spindel geschnitten, mehr oder weniger, ähm, so, und dann sehe ich, also, naja gut, er hat dann für die Spule so eine kleine Kettensäge dabei, ich hoffe, er hat den Baum nicht damit geschnitten, ähm, und dann sagt er halt, ja, also in seiner Aussage, ihr könnt das Video euch ja mal angucken, äh, redet er davon, dass, dass so ein Schnitt an dem Baum irgendwie gar nicht zuträglich wäre, und, also, die Aussage alleine schon, sagt mir, ich weiß ja nicht, das ist auch zwei Jahre alt, das Video, man kann sein ja, seine, seine, sein Wissensstand ja auch verändern, aber wenn das wirklich seine Meinung ist, dass der Schnitt an dem Baum mit Vitalität nichts zu tun hat, also, das ist wirklich eine Aussage, wo ich sage, das ist schon echt Hanebüchen, das ist schon sehr schwierig, das hat mit Wissen über Obstbäume relativ wenig zu tun, ist zumindest meine Meinung dazu, ja, also, ich finde grundsätzlich super, dass der Mann sich mit Obstbäumen auseinandersetzt und da ein Interesse für hat, versteht mich da überhaupt nicht falsch, ne, also, ich will ihn da jetzt nicht irgendwie an Kahn fahren, ich möchte da nur dazu anregen, sich damit zu beschäftigen, und vielleicht da, ähm, ja, vielleicht, macht der Mann ja meine Ausbildung bei der Obstbäumsschnittschule. Es geht ja nur um einen Diskurs, ist ja wertvoll, dass wir darüber sprechen, es geht jetzt nicht darum, dass wir den jetzt ihnen schlecht machen möchten oder ihnen irgendwie... er ist halt einer der Hauptakteure, die halt diese ganzen Techniken zeigen. Was ja an sich auch okay ist, aber nur ein bisschen halt auch die Fehler mit aufzeigen, was halt auch andere Einflussfaktoren sind, weil jetzt haben wir hier zum Beispiel eine Pfirsich von ihm und da sieht man jetzt schon so ein bisschen schlechter in der Mitte, der schaut ziemlich stark abgeschnitten aus. Also der, der sieht traurig aus, ganz ehrlich, Leute, der hat, der hat, äh, der hat keine Leitäste, äh, der ist oben gekappt, also, das ganze Ding, es ist wirklich... so wie es auch ausschaut in dieser Mulde, ist auch viel zu eng zu anderen Gewächsen gepflanzt, oder? Ja, da passt gar nichts. Also das ist so, ähm, oft leider typisch Hausgarten, die Leute wollen viel nebeneinander haben und so und dann kennen sie sich mit den Abständen nicht aus und dann wird halt irgendwie geschnitten, weil der dann doch zu groß wird und dann wird oben einfach gekappt und es ist wirklich, ja gut, aber genau und, und ja. Und da hat er halt hier die, diese Antenne ran getan und dann halt meint er damit, die Kreuze-Krankheit zu besiegen, kann möglich sein, weiß ich nicht, aber wenn man auch hier so schaut, also der Baum, der schaut überhaupt nicht gut aus. Nee, der, der, wie gesagt, was, das ist ja gar kein Baum, das ist ein Ast mit ein paar Blättern dran, so der, wie gesagt, der hat keine Mitte mehr, der hat keine Leitäste, der, das ist einfach, puh, schwierig. Ja, und das sind halt dann ein schlechtes Beispiel, um mal daran zu zeigen, okay, die Antenne hilft jetzt bei dem, bei dem Pfirsich gegen die Kreuze-Krankheit, obwohl der halt in dem Zustand ist. Das ist dann, Ja, genau, also ganz schwierig, ganz schwierig, so nicht aussagekräftig, ähm, mag für den Einzelnen, der dann froh ist, dass der wieder treibt, aber dann das auf die Spule zurück, oder auf diese Antenne zurückzuführen. Joa, ne, also, Agnihotra wollte ich auch noch zu sagen, für die, die das gar nicht kennen, das ist ja auch sowas, wo ich seit Jahren halt, immer mal wieder höre, das musst du unbedingt machen, was wird da gemacht? Da wird in so einer umgedrehten Blech- oder, äh, Kupferpyramide, da wird Kudung verbrannt, äh, zu Sonnenaufgang oder zu Sonnenuntergang, so. Und dann wird der ausgestreut, im Garten. Und, dann sagt man ja, das kann ja überhaupt gar kein Faktor sein, dass das irgendwie düngt oder so, weil das ist ja nur Asche und das ist ja total wenig. Und dann sage ich, ja, nein, das ist so nicht richtig, weil, also, die Nutzer sagen dann ja, es ist die Atmosphäre und da werden dann Energien frei und, also, ich bin da nicht so tief im Thema, so. Und da will ich wieder nicht sagen, dass das nicht auch irgendwie eine Möglichkeit sein kann, so, weil nur, wenn wir was nicht sehen können, heißt das nicht, dass es auch nicht möglich ist. Aber wenn ich dann Asche ausbringe, aus Kudung, und die Kuh ist ja wirklich ein sehr, sehr guter Verwerter, die halt auch bekannt dafür ist, dass sie in ihren Mägen und also die Stoffe, also, dass da, äh, ähm, dass da ein sehr wertvoller Dung bei rauskommt, und selbst, wenn ich den dann verasche, dann habe ich ja in dieser Asche im Zweifel Spurenelemente drin, die vielleicht vorher im Boden gefehlt haben und da gibt es ja das schöne Buch vom, äh, Dr. Stefan Hügel, ähm, schicke ich dann Chris noch den Link dazu, kann er dann unter das Video packen, ähm, das ist echt eigentlich, äh, Pflichtlektüre für jeden, der an Gesundheit und Boden interessiert ist, dass nämlich halt auch schon, äh, so einen Teelöffel auf einen Hektar, äh, von gewissen Spurenelementen, Ertrags, ähm, ähm, von 90 Prozent oder mehr, äh, also wirklich, wo ich dann fast doppelt so viel Ertrag habe, nur weil ich da einen Teelöffel von einem gewissen Spurenelement ausgebracht habe, und dann kann mir niemand erzählen, dass ein bisschen Asche kein Faktor ist, natürlich ist das ein Faktor, weil wir gar nicht wissen, was das im Boden leben, dann nämlich macht, im Zweifel sehr viel, ja. Wobei man ja auch noch hinzufügen sollte, es wird sehr gerne in Vulkannähe angebaut, also wenn man in tropischen Gebieten geht, die reißen sich da rum, weil halt dann diese ganze Asche Erde, oder wenn halt, gibt ja auch in den tropischen Bereich, da brennen sie ihre ganze Felder nieder, damit sie halt danach in dieser Asche wieder neu pflanzen können, weil das so einen heftigen Düngeeffekt dann auch hat, dass die Pflanzen in der Umwachsen, von daher halt das Argument, dass die Asche gar keinen Einfluss hätte. Naja, ich weiß nicht, also ich bin in der Szene nicht so drin, aber es wird mir immer wieder zugetragen, auch über Jusquikommentare und so. Es wird mir auch zugetragen, bin ja auch mit meinem Tai Chi auch mehr in diesem spirituellen Bereich auch drinnen, nur mag ich halt keine Riten durchführen, und für mich ist es halt mehr wieder zu viel im Außen, und viele, die das halt auch machen, ich weiß nicht, ob wir sich da wirklich auch mit den ganzen grundlegenden Sachen mit Permakultur auskennen, mit dem Boden und mit den Düngeeffekten, ist halt... Du, ich mache ständig Agnihotra, weil unseren großen 250 Liter Edelstahlkontiki, den schüre ich meistens nachmittags, und dann geht es in den Sonnenuntergang rein, und bis der dann endlich abgelöscht werden kann, ist es in der Regel schon fast dunkel, und mache ich also auch Agnihotra, aber da weiß ich halt ganz genau, dass ich die Pflanzenkohle, die ich da erzeuge, und das Aschewasser, dann verdünge ich nämlich das Aschewasser danach, wird das im Garten auch, da ist ja meistens lösche ich ja mit fermentierten oder nicht fermentierten Urin ab, und dieses, das ist dann natürlich auch noch Wasser dabei, also ungefähr 1 zu 10 mit Wasser, weil so viel Urin habe ich immer gar nicht, das reicht für den gar nicht, und dann verdünge ich das an die Beerensträucher, wo dann viel Hackschnitzel drunter sind, dass es auch vom Kohlenstoff gepuffert wird, dass es nicht nachher in den Unterboden einsickert, und da dünge ich halt mit diesem Aschewasser dann ganz bewusst, weil Asche halt eben guter Dünger ist, weil dann natürlich viele gelöste Salze dann in dem Wasser drin sind, aber das ist halt dann wieder, eigentlich auch, da muss man auch wieder vorsichtig sein, also mittlerweile versuche ich das dann eher in die Komposte mit rein zu gießen, weil ich diese gelösten Salze auch eigentlich an die Beeren gar nicht so mit rangeben will, aber gut, so in den ersten Jahren habe ich das noch gemacht, auch, ja, um den Boden aufzubauen, um die Hackschnitzel da mit Stickstoff zu versorgen, aber da seht ihr halt schon, also Agnihotra ist aus meiner Sicht tatsächlich eine, da wird gedüngt, und dieser spirituelle Faktor, also ihr müsst euch ja überlegen, das kommt ja aus dem Vedischen, wenn ich das richtig weiß, ist es ja, damals wurden Dinge, die funktionieren, vielleicht religiös beschrieben, so, das heißt, ich hatte eine Technik oder habe die Kuhdung verbrannt und dann wurde gemerkt, oh, da wachsen die Pflanzen gut, das muss heilig sein, so, das wurde quasi andersrum gedacht, heute sagst du, das war heilig und deswegen muss das gut düngen, so, also, der Weg ist quasi so ein, sehr gut, ich habe auch, ich habe auch Freunde, die halt, mit denen ich mich auch spirituell mehr austausche, die sagen halt dann zu diesen ganzen Riten und so, du kannst halt tanzen, wie du willst, du kannst auch deinen Arsch irgendwie wippen und irgendwie sowas und in Unterhose rumtanzen zur Sonne, hätte die gleiche Effekt, also die sagen es dann ungefähr so, dass halt zu einem bestimmten Uhrzeit das dann so bestimmt ausprobiert werden soll, ich habe halt so eine umgedrehte Kuppen-Pyramide, die habe ich wirklich, um halt wegen dem Pyrolyse-Effekt Pflanzenkohle zu machen, die hat mir mal einen Freund hergestellt und die habe ich halt auch bis Sonnenuntergang sowas gearbeitet und habe ich meinen Saft gemacht zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es jetzt an einem Kuh-Dungen liegt, den ich nicht genutzt habe, vielleicht liegt es daran, mit dem biodynamischen Aspekt und alles. Ich bin ja kein Demeter-Bauer zum Beispiel, aber ist halt für mich trotzdem ein Dünge-Effekt, sowohl jetzt mit der Pflanzenkohle, als auch mit der Asche danach, also ist halt schwierig zu sagen. Wenn die Pflanzenkohle dann aufgeladen ist, also aber gut, ist ja auch wieder ein Ex-Effekt. Ja, die kommt in Bokashi rein bei mir zum Beispiel und dann wird es halt so aufgeladen oder direkt am Kompost, weil sie sich ja natürlich aufsaugen möchte, aber im Großen und Ganzen hat das ganze Thema auch zusammengefasst, ist halt sehr schwierig. Also viele, wie du auch gesagt hast, spirituell oder auch religiös wird auch als heilig betrachtet. Unsere Ahnen haben das schon gemacht und dann meint man, okay, da muss ja irgendwas dran sein und dann geht man in die Richtung Glaube, weiß vielleicht nicht von dem Dünge-Effekt oder von permakultur-technischen Sachen, was da eigentlich dahinter steckt und denkt, okay, muss ja irgendwie glauben, passt ja dann schon. Ja, du, das sind manchmal so einfache Sachen. Also zum Beispiel, ich habe die Tage meine ganzen Bäume, weil ich jetzt die Baumbad-Ausbildung ja auch erst dieses Jahr mache und ich habe die letzten Jahre schon versucht, nach Öschberg zu schneiden und hatte ein paar Kurse woanders gemacht und habe dann halt festgestellt, dass da vieles noch nicht stimmt und jetzt denke ich, bin ich da auf einem ganz guten Weg. Kann auch die Ausbildung tatsächlich bei Michael Gräum nur empfehlen. Da lernt ihr verdammt viel und naja, jetzt habe ich halt festgestellt, ich hatte einen Baum, der hat immer gekränkelt, obwohl er einen Schutz hatte und Unterpflanzung und so und dann habe ich halt den mir nochmal genauer angeguckt, jetzt mit den Regeln von Michael und habe festgestellt, ja verdammt, ich habe nicht richtig hingeguckt, die Veredelungsstelle, die war unter die Erde gekommen und der fing an, unten quasi auszutreiben und die Veredelung abzustoßen. Jetzt habe ich den natürlich dann wieder hochgeruckelt, also habe den vorsichtig gehoben und gehackt, dass die Veredelungsstelle wieder frei war, so ein Stück, die muss immer über dem Boden bleiben, weil sonst quasi unten die Unterlage abgestoßen wird, dann fängt an, das Edelreis oben Wurzeln zu machen, also das Aufgepfraubte und stößt die Unterlage ab und dann schwächelt das natürlich oben erstmal so und jetzt habe ich die ganzen Seitentriebe, die da kamen, abgeschnitten stammnah und habe den halt freigelegt und habe den schön wieder unten so alles arrangiert und festgebunden und oben schön wieder, habe den erstmal jetzt auch stark hoch, dass der auch erstmal treibt und jetzt muss ich den quasi wieder behandeln wie einen Jungbaum, obwohl der schon fünf Jahre alt ist, aber jetzt bin ich mal gespannt, was der macht so und so einfach kann das manchmal sein, so da habt ihr euch gefragt, und habe dann einfach nur nicht gesehen, dass die Veredelungsstelle unten zu tief war und schon wird der Baum danach wieder vital und fit und wenn du dann als, ja und das kann es schon gewesen sein, dann bist du als Baumhändler da und machst unten ein bisschen frei und so und dann ist die Veredelungsstelle und was ist jetzt nicht, also wie gesagt. Also bei dem Fall, wie mein Taichi-Meister immer gerne sagt, Achtsamkeit, genau hinschauen, hast du mal eine Kleinigkeit vergessen, das mit der Veredelungsstelle, dass sie halt über dem Boden sein soll und schon kann es passieren. Genau, also wie gesagt, es gibt da tausend Faktoren und was ich auch am Ende noch sagen will, ist, es gibt im Internet, auch auf YouTube übrigens, ganz, ganz viel Videos zu Obstbäumen und Schnitt und was ich jetzt aber lernen musste über den Michael Gräum ist, dass da leider sehr, sehr viel einfach nicht stimmt. Wirklich 90% der Sachen, die ihr da seht, sind nicht unbedingt so richtig in Ansätzen teilweise und auch vieles sehr gut gemeint, aber ja, und da kann ich euch einfach nur empfehlen, macht mal die Online-Seminare mit bei der Obstbäumen-Schnittschule. Es ist auf Spendenbasis und da würde ich dann auch mal eine Spende da lassen, weil das ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Die haben immer mal wieder Seminare, Online-Seminare, wo ihr danach auch den Michael Sachen fragen könnt, auch Fotos von euren Bäumen mitbringen könnt zum Thema, wie muss der geschnitten sein und da lernt ihr verdammt viel schon in diesen Online-Seminaren. Das ersetzt natürlich die Praxis überhaupt nicht, aber der macht auch Einführungskurse. Ist nicht ganz, das kostet schon Geld, aber das ist sehr wertvoll. Theorie natürlich brauchst du am Anfang auch, sonst weißt du nicht, wo es lang geht, sonst machst du irgendwas und dann halt in die Praxis umgehen und wichtig, auch wieder von meinem Tai-Chi-Lehrer, fehlerfreundlich. Kann mal passieren, dass man dann trotzdem irgendwelche Fehler macht, okay. Auf jeden Fall. Und davon lernt man. Und auch noch zu dem Punkt, wo du gesagt hast, mit den Leuten, die Obstbaum-Schnitt machen, das zu 90 Prozent dann irgendwie doch nicht hilfreich ist. also das ist ja nicht böswillig gemeint. Vielleicht wirst du ja die Leute... Ja, um Gottes Willen. Also da muss man wirklich, da hatte ich ja einen Podcast mit Michael dazu gemacht, auch zu einem anderen Thema. Da hatte er so ein bisschen was gesagt in Richtung Dominik Schreiber, fand ich einen Ticken zu hart. Er hat trotzdem recht mit dem, was er sagt, aber der Dominik hat halt aus meiner Sicht das so gut gemacht, wie er konnte und nach seinem Wissen stand und funktioniert ja auch für sie als Betrieb. Die sind ja durchaus erfolgreich und es würde mich halt mal interessieren, also der Dominik Schreiber. Ich muss meine Bäume jetzt noch ein bisschen umerziehen, aber falls er das Video hier sehen sollte, bist du auf jeden Fall herzlich eingeladen, dann mal bei mir vorbeizukommen und dann können wir mal ein bisschen über Baum-Schnitt philosophieren so. Ich komme mal bei dir vorbei, wenn ich mal beim Berndt Gruber in Österreich bin, dann fahre ich mal zum Dominik Schreiber hoch, wenn er Zeit hat und sich Zeit nehmen will. Dann können wir mal gucken, zeige ich ihm mal so ein paar Sachen, die ich bei Michael gelernt habe und vielleicht ist das ja für ihn auch eine schöne Sache so und er freut sich drüber, kann ja auch sein. Dann erst mal Speicherkarten lernen, Video bei Bernhard Gruber machen und beim Dominik. Ja, ja, das, wenn ich, wobei ich dir mittlerweile sagen muss, dass ich ganz gerne auch mal ohne Kamera unterwegs bin, weil man dann doch irgendwie immer, das ist, dann lebt man immer in zwei Welten und das ist irgendwie manchmal auch, ja, aber ich, gucken wir mal. Ja gut, dann danke ich dir erstmal viel, dass du dir die Zeit genommen hast, haben wir jetzt das Thema mal angesprochen, was, wo wir auch auf, sagen wir mal, auf der gleichen Wellenlänge sind, also das, was du ja jetzt auch gesagt hast zur Elektrokultur, sehe ich ähnlich, oder sehe ich eigentlich genauso, dass halt, ja, man weiß nicht, ob es hilft oder nicht, müsste mal... Vielleicht eine Sache noch, sollten wir vielleicht noch ansprechen, am Ende, das hattest du ja so beiläufig erwähnt, wir sind jetzt ja viel auf Bäume eingegangen, dass es bei Gemüsepflanzen auch so viele Faktoren gibt. Ja, da können wir jetzt auch noch eine Stunde drüber reden, dass wir sagen, okay, jetzt habe ich vielleicht eine Humusrotte angelegt und bepflanze die im ersten Jahr oder im Jahr danach und dann wächst das so, und dann ziehe ich ein Draht ein und auf einmal wächst das im nächsten Jahr super toll. Ja, liegt es jetzt am Draht oder einfach, dass dieses Kompasssubstrat weiter gereift ist, sich Pilze etabliert haben und die Pflanzen das mit... Das ist einfach, wie gesagt, da gibt es so viele Sachen, wo ich sage, liebe Leute, wenn ihr Versuche macht, dann müsst ihr das gut durchdenken und euch vor allem mit Fachleuten auseinandersetzen, weil sonst ist das halt überhaupt nicht wertvoll, also beziehungsweise nicht aussagekräftig. Und da gibt es ja noch ein paar Hardliner, die dann auch wieder gegen andere Leute schießen und da ganz ehrlich, damit schadet ihr mehr der Sache, also dann lieber auch offen im Diskurs sein, wenn dann Leute auch sagen, ja, das mit der Elektrokultur ist Schwachsinn und sowas, dann sich auch nicht getriggert fühlen, sondern denen halt jetzt erklären und sagen, können wir mal Versuche oder irgendwie in die Richtung machen und dann halt schauen und dann sagen, dass dann Leute, die daran jetzt das noch kritischer sehen und das... Also wie gesagt, wenn ihr jemanden kennt oder selber jemand seid, der wirklich sagt, ich habe hier mit, habe einen Versuch gemacht, wo ich genau das gemacht habe, wo ich zwei vergleichbare Kulturen habe, jetzt vielleicht keine Einzelpflanzen, meinetwegen auch Einzelpflanzen, wo ich gesagt habe, das ist vergleichbar, der Boden, die Bedingungen, ich habe nur den Faktor Lankowski-Spule verändert, habe die Baumscheibe nicht gehackt oder so und der eine ist abgegangen, wie Schmitz Katze, die eine Kultur, ich habe da so ein Bodendraht gemacht, Nord-Süd-Ausrichtung mit Magnet und das hat perfekt funktioniert, die sind alle im Jahrestrieb und die sind voll gekommen und die anderen nicht. Gerne, also ich finde es super interessant, mache ich gerne ein Video darüber, wenn ihr zeigen könnt, dass das halt wirklich ein Faktor ist, aber habe ich halt noch nicht gefunden. Also selbst die Sache da oben in Steierberg war für mich halt am Ende nicht so aussagekräftig, weil die Bäume ich mir angeguckt habe, die waren halt alle überhaupt nicht geschnitten und gepflegt und ja, also das war halt alles auch schwierig so. Na gut. Ja gut, dann sind wir auch schon bei einer ganzen Stunde. Dann würde ich sagen, vielen Dank für die Zeit und vielleicht beim nächsten Mal, dass wir öfter solche Gespräche machen, dann bedanke ich mich auch vielmals, dass ihr eingeschalten habt und dann würde ich sagen, checkt auch den Kanal von Daniel aus, die Waldgeister, macht super Videos und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Macht's gut da draußen. Tschüssi.